Jetzt fahr' ich volle Kanne rein, Alter. Volle Kanne. Wenn da wieder der Typ mit seinen Haftbomben ist, den schlitzig... AAAAAAHHHHH So, jetzt Willkommen zu einer neuen Runde GT... AAAAAH Mit dem Kavalierpiraten und ihr seht's auch schon mit ganz vielen Butz-Jungs. Ich hoffe, ich kann gleich mit dem kommunizieren. Wir machen eine Rockstar-Playlist, Alex. Was ist das? Toll. Ja, genau. Ich hab, also es ist irgendwie eine Reihe von Mission, Rennen, das ist glaube ich gemixt. Irgendwie so, ja. Die sehr auf Fun ausgelegt sind, oder? Äh... Mhm. Ja. Ich hab keine Ahnung. Also ich auch nicht. Ich hab nur immer von gehört. Also es soll wohl eine spezielle Reihe sein, die halt einfach ziemlich cool sind. Also die sind zwar User erstellt, aber Rockstar hat dann gesagt, die sind so geil, die nehmen wir in unsere Playlist auf. Ach echt? Ja. Auf die Art. So, wir sind auf jeden Fall elf Leute, ist das richtig? Äh, das kann gut sein, ich mach mal bereit. Wir sieben. Alle aus unserer krassen Gang, nämlich, äh, den Gamerhelden Butz. Und vielleicht kann ich die Leute jetzt... Ah ne, Pfarrer, wie hieß'n der denn nicht? Also einer war dabei, der war nicht von Butz. Ja, ich glaub das war der Barfahrer. Nee, wird doch gar nicht die Gang angezeigt. Okay, auf jeden Fall geht's jetzt übel ab, denke ich mal. Okay, wir haben die Hütte leider nicht vollbekommen. Komm Junge. Oh, der Mobo Jabang ist in Führung. Oh Gott! Ah! Sind die alle schön am Rammen jetzt, oder? Ah, ja, ja. Bomb! Loll! Der hat sich mir weggestellt! Er hat sich mit... Äh, 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 äh! Ist auch genannt, das Retarded Race. Alter! Alter, sind das Schweine, haben die mich gedreht, ey. Ja, ja. Jetzt bin ich Vierter vom Ersten. Wo bist du? Hier! Ah! Ah, nein! Nicht schon wieder! Okay, aber bisher... Bisher seh' ich nur ein ganz normales Rennen. Ja. Das ist auch nur ein ganz normales Rennen. Geil! Gibt's Nitro? Ah! Nein! Nicht an der Wand hängen bleiben! Oh, Kacke! Vorbei! Alter! Achter von neun, ey! Bleib mal stehen! Nee! Komm schon! Guck mal, da sind zu viel vorne, da muss... Oh Gott, da dreht sich einer! Das ist ein Megapur... Nein! Was macht der? Nein! Der wollte mich! Oh Gott! Okay! Ah! Ah! Alter! Ich wecke! Du Flatterfotze! Oh, da kommt einer entgegen! Flatterfotze! Oh nein! Er will mich drehen! Oh! Alter, der Wichser! Dixer! Alter! Das ist der echte Pimmel, ey! Schweinehunde! Guck mal, der wartet extra auf mich! Wuhu! Ah, ich bin wieder Vierter, wo bist du? Okay, den outplay ich! Ja, der Typ hier bleibt an mir dran! Der fährt jetzt vor mir her und... Ja, der ist eher für mich, weißt du? Der hält mir den Rücken frei! Was? Ich... BAM! Alter, hier die... Die Führungsgruppe, ey! Den im Versorgensack! Ja, ich war ja eben gerade ganz vorne dabei! Oh, Leute! Oh, jetzt hat das verkackt! Oh, 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 oh! Ah! Jetzt hier Tryhaden! Oh, nee! Ich bin... Ich bin auf 3 Harden! Ich auch! Ich mach grad Übelzeichen! Ich bin auf Platz 3 Harden! Äh, was? Ich bin... 5 Harden! Und vorbei! So, 4 Harden! Ah, da bist du! So, jetzt müssen nur noch die 2 vorne sich streiten! Ja, ja! Oh! Geil, die geben mir Anschwung! Anschwung? Oh Gott, er kommt wieder! Nein, da ist er! Oh Gott! Oh Gott, das war so gut von... Na, geht! Ahaha! Ich hab'n Platz verloren! Das ist doch gut gefahren, ey! Runde 3 von 3! Oh, jetzt geht's ab! Aber das Feld zieht sich auch schon in die Länge! Komm, der bremst doch extra! Fuck! Der Wichser! So, da zieh' ich schön vorbei! Jawohl, wieder Dritter! Der Papi... Oh! Und weg! Ah! Alter, wie kann ich denn Fünfter sein? Zack! Dritter! Zweiter! Den dreh! Nein! 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 Ja, Erster! Ich bin Erster! Nein! Oh Gott, jetzt nicht! Oh, irgendwas! Ah, komm schon! Ich setz mich ab! Ich set... Oh, der holt auf! Ah! Ah! Komm schon! Komm schon, Baby! Ja! Bewegt deinen Arsch! Der macht übel Druck, der Junge! Ja, es ist auch Windschatten aktiviert! Alter! Der Wichser! Komm rein! Oh, gib Gas! Komm schon! Komm schon! Ich will euch noch kriegen! Nein! Die Kurve zu weit genommen! Vier! Komm schon! Komm schon! Nein! 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 Ich bin Erster! Easy! 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 Weißt du, alle haben gegen mich gespielt! Und Hand of Blood wird trotzdem Erster! Fucking hell! So! So! Was jetzt? Quitt! Ne! Ne! Einfach durchlaufen lassen! Achso! Achso! So! Vierter, alter Kacke! Ich hab auf mich gesetzt! Echt? Ja! Ich glaub 100 Dollar oder so! Du geiler... LOL! Ich krieg 7000! LOL! Ich hab 2000 gekriegt, Alter! Winner! So! War ja klar, sagt sie! Die steht auf dich, Max! Ja, ich hab das nicht an! Reden die Leute da? Ja, ja, ja! Ach, scheiße! Jetzt hätt ich schon gern an! Kann ich... Hier kann ich das... Kann ich jetzt nicht einstellen! Okay! Das war lustig! Klingelingeling! Was kommt jetzt? Team Deathmatch! Ach du Scheiße! Oh! Oder wir machen mal... Wir machen mal vier Teams! Was? Vier?! Ja! Das ist so dumm! Gamma-Tags on! Ja, ja! Auf jeden Fall! Damit wir sehen, wir mal umlegen! Traffic on! Lock Weapons! Guck mal, jetzt sind wir schon! Let's rescue James Wade! Okay, 10! Redest du auch mit dem? Nee! Richte dem mal schöne Grüße aus! Schöne Grüße von Max! Er hat leider seine Mikrofonscheiße hier ausgeschaltet! Der alte Wichser! Der alte Wichser! Ausreden sagen sie! Echt? D-A-W-O! Buh! Buh! Was? Aber richtet ihr den aus, dass es grad viel zu einfach war! Ja! Ja, außerdem wollt ihr euch Bescheid gesagt haben, dass es grade einfach viel zu easy war! Ihr seid alle einfach bad! Oh Gott! Jetzt krieg ich's so auf's Maul, Alter! Wie sind die Reaktionen des Pöbels? Es gibt ja immerhin noch ein paar andere, wo wir uns beweisen können! Oh Gott! Guck mal, da kommt noch einer vom Boots! Der Pixel Mike! Den kenn ich noch! Wir müssen Stärke beweisen, sagt einer! Der Ukopach ist voll lustig! Ukopach! Oh! Einer aus einer anderen Crew! Wo bin ich denn drin? Die Shane hab ich dabei! Yay! Ich bin bei Mädchen! Ich bin bei Pixel Mike! Geil! Team 4! Hey, ich kann gar nicht auswählen! Achso, ich schreib noch, oder? Ne, hä? Die wird zerfickt jetzt gar nicht! Die zerfickt! Alles klar! So, ich setz mal 100 auf mich! So, ich hoffe, die mahnen alle mit! Das wär cool! Was? Nur auf die Nicht-Butzer, hab ich gespielt! Achso! Ich sag das denen auch nochmal, irgendwie! Also Kinder, nur auf die Nicht-Butzer, ne? Oh Gott! Was hab ich hier drin? Oh! Feste Kamera ist, äh, erste View, First Person eingestellt, ne? Lol! Ja! Okay, ich bin Profi! Egal, bin lustig! Ah! Ah! Das ist richtig Cancer beim Motorradfahren! Oh! Was?! What?! Ich weiß nicht mal, wer nicht Butz ist und wer nicht! Scheiß drauf! Okay, man kann die Crews leider nicht sehen, also einfach alle auf alle! Ich hab den... Alle... Alle auf alle! Aber Ego-Perspektive ist richtig sick! Da kannst du... Ja, vor allem beim Laufen und Rumklettern, da wird die richtig schlecht, ey! Ja, und wenn du... Alter, ich wurde gerade umgefahren! Das war krass! Ist das meine? Ja, ich glaube! Alter, nur Schrotflint, easy! Kannst du den Leuten sagen, sie sollen nur Boxen? Bom! Ah! Alter! Hilfe! Der da! Ah! Was ist das denn? Alter! Oh Gott, ich hab nur die Kackwaffe hier, ey! Wie krieg ich? Sind da noch irgendwo Pistolen oder so? Scheiße, hier komm ich nicht durch! Kacke, ey! Ah! Der will mich! Ah! Shit! Aber die Schrotflint sind... Übel, ey! Die sind richtig böse, ey! Ja, man... Man muss halt nah ran! Oh, jetzt wieder... Komm her, komm her! Tauch auf! Nein, nein, nein! Warte doch auf mich! Weg gebämmt! Warte, warte auf mich! Warte auf mich! Warte! Ah! Wo ist denn die Rüstung hier? Ach da! Huh! Hier explodieren... Und ich bin tot! Kann ich auch ein Motorrad schießen? Ja! Lol! Okay! Warte mal, hier ist doch ne Pistole irgendwo! Oh Gott! Das soll nix sein! LOL! LOL! Die Shane hat mich umgelegt! Ja! Die Shane ist der Hammer, ey! Okay, ich muss mich jetzt mal ein bisschen reinfeiern! Reinfeiern! Boah! Firing my Phaser! Alter, ihr bumst alles! Was ist hier los? Hier pumst! Kann ich nicht ne scheiß Pistole eine sammeln? Für den fickt den Wichs! Äh! Äh! Ja, ich bin auch gerade aufm Weg zu so ner Pistole! Hui! Und rolle vorwärts! Das ist so scheiße, Alter! Ja, die Rollen machen dann richtig fertig! So, warte mal! Okay! Wo ist die scheiß Kanone hier? Hä? Bin ich jetzt behindert oder was? Oh Gott! Ich hab so Angst! Das ist hier total der Shit! Schma auf! Oh Leute, jetzt snipen! Richtig coole Akte! Jetzt snipen! Ach das ist ne... Oh Mann, die Scheibe! Oh ja! Alter, jetzt macht ihr hier nur den Mittelfinger ey! Ja! Wer macht nur den Mittelfinger? Na mein Charakter hier! Das ist voll die dumme Sau ey! Hat nur den Mittelfinger gemacht anstatt mal zu schießen! Nice! So! So! Da kommt der Skill raus! Liebe Freunde! Der alte Ego-Shooter! Wo sind die Gegner? Nur noch 100 Meter! Warte mal, hier vorne seh ich da... Ach der, die Granaten sind auch leicht! Lol! Da bist du! Was? Wo bin ich? Das kann gar nicht sein! Lol! Da steht er da oben und ballert rum ey! Oh Gott! Nein, nein! Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Alter, hier ist doch einer! Der ist tot! Ja! Alter, ich leg hier grad... ALLE UM! Oh Gott! Pass auf, jetzt fang ich dich an zu jagen! Dann ist Ende! Ne, der John Walker ist schon dran! Aber ich guck mal... Oh, hier kann ich nicht lang! Scheiß! Ah! Die schmeißt hier Granaten rüber! Zack! Bam! Zwei Kills in Folge! Bitches! Bitches! Wo sieht's nämlich aus? Oh lol! Uh, Pistole! Lol in Autos? Was? Ah, das sind Passanten oder was? Das sind gar keine Spieler! Was? Das hier... Gibt's auch, ja! Passanten! Oh, die fahren mich um! Woah fuck! Alter! Wer mal... Wer... Alter! Die haben Granaten beim Werfen ey! Ja! Das ist eine sicke Scheiße! Voll behindert ey! Komm, komm, komm! Oh Gott! Was?! Wo kommt der da nicht drüber? Auf der Distanz? Der kommt nicht überall auf der Scheiß eigene gegenüber! Alter, der kommt nicht über eine Scheiß-Hecke drüber! Was ist das für ein kackvogel? Ja, ich fülle, er... Oh, Gott Alter! Diese Rollen bringen vaisseiten! Un.. Ja, ne? Bulblblblblblblblblblblblblbl kriegst du echt brechreiz jetzt hat jemand ein Granatennest entdeckt, weißt du, und jetzt ballert er nur noch mit Granaten durch so ist es hier ist ein Swimmingpool da Alter, die Shane ist mich am beschützen, das ist unglaublich, ey echt, das ist so krass Shane ist der beste Bodyguard überhaupt Ah was, Nein! Ich wurde umgefahren, das ist ja sick Alter, wir haben schon 19 Kills Ja, ich sehe es Wir sind halt übel, das Team Ja, deine Mutter ist ein Tier Ja, die ist auch ein Tier Ein Tier Hör auf zu Tôi Oh Gott Oh Gott! Ahh! Ich hab's noch fliegen gesehen, ey die Granaten ist... Alter der droppt die nur, der wirft die nicht! Was? Ach du lässt die immer unter dich fallen, wegen der Sicherheit. Oh das ist jetzt ne richtige Pistole, das ist schön. Ich glaub Granaten... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Die können schon einiges. Oh! Was war das? Hat die in Stücke geschissen? Warum? Geschissen? In Stücke? Oh, ich hab ne Liederlagenserie. Geil. Warte. Richtig Pro. Ah! Ah! Der hat die fallen lassen! Ja! Sag ich doch, du musst rechts gedrückt halten. Ah, ne, links. Und dann kannst du weitermachen. Beide Tasten einfach. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. What the fuck, dude? Ah! Schon wieder! Oh Gott, ich werd abgeschossen! Oh, Rolle! Hä, von wo denn? Fuck! Ich muss besser werden. Es hilft alles nichts. Ui! Ninja Rolle! Ah! Die Rollen mach ich mich fertig. Ja, das ist so böse. Es kam von hinten noch einer. Mauer runter! Ja, komm. Ja. Demo-Jubber. Ab geht's. Ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag... Rolle, 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 Rolle! Das ist ein Passant. Ah, tot. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Da! Oh, alter, klar! Schmeiß mich weg! Ah! Hey, wenn die Scheiß Passanten wegmixen von der Straße. Wow! Ich hab noch zwei Schuss. Alter, Vater. Echt? Die Granaten machen hier alles kaputt. Ja. Also, ich mein, vom Spiel-Dings her. Die Granaten sind schon nicht so geil, ne? Ne. Geil. Der 0815-Terror, der ist auch richtig böse, ey. Richtig schon böse, ey. So, warte mal. Wo ist denn? Wo ist denn hier? Wo ist denn hier mit uns? Komm. Wo bist du eigentlich? Ja, ich... Lass mich mal abknallen hier. Der Drachenbäu, der braucht aufs Maul. Alter, ja klar! Ja! Man. Weggewichst! Im Fähren... LOL! LOL! So, jetzt kriegt einer mit dem Auto aufs Maul. Geh mal da raus, Bitch. Hier, steig ein. LOL. Jetzt hüppt der wieder nicht über die scheiß Hecke drüber. So, Mädels. Ist doch nie wahr. Jetzt halb wichs ich auch nicht. Halb wichsen! Äh... 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 Nee, ist keiner. Warte mal. Da hinten sehe ich noch Schusen. Ja, wo sind die Gegner? Oh Gott! Wo sind die Gegner? Nur ne 100 Meter. Aber man weiß gar nicht... Meter Ebene. Die Frontschutzscheibe fickt einen schon ziemlich. Also auf Entfernung ist das Ding ja nicht so geil. Was denn? Die Schro... Ja. Ja, ist Katastrophe. Oh Gott. Ja, absolut. Jetzt fahr ich mir hin um. Jeden Moment. Alter, das gibt es auch nicht! Warte... Oh man! Also schrutzelt ist nicht bad. Geht auch einfach keiner auf die Straße, wenn ich hier laufe. Ja. Komm her! Komm! Komm! Wo ist... Oh Gott! Ah! Ich bin am Arsch! Fahr, fahr... Leute, krieg ich! Bam! Hab ich sie erwischt? Oh Gott. Alter, ich will doch auch mal wieder was töten. Ich will nicht nur ein schwules Bild haben. Nein! Was? Instant? Und er war nicht in Rage von der Explosion? What? Alter, dafür kassiert der Jura jetzt. Oh nein! Rolle! Wow! Oh Gott, ey. Das erinnert mich ein bisschen jetzt ans Fliegen. Jetzt den haben andere totgemacht. Warum nicht ich? Dann wird man eigentlich aufgedeckt. Das war immer interessant. So ein bisschen. Alter! Gang erhöht! Soldat! Bitches! Oh Gott! Ukupach hat mich wieder... Huh? Ukupach? Ukupach? Ukupach. So, jetzt hab ich dich. Wer ist das? Passant. Oh. Jetzt aber. Was? Ist denn jetzt los? Ich bin einfach umgefallen. Was ist passiert? Das ist ein Medi-Film. Ja, du bist gestolpert, lol. GANATE! LOL! GANATE! Wo sind die denn? Hä? Ich dachte, die hab ich voll die Ruhe. Jo, nee. GANATE! Ich glaube, ich fahr wieder Auto. Das war lustig. Ich dachte, ich muss ihn erst mal eins kriegen. Nein! Oh Gott. Ich lass die immer vor mir fallen, die Scheiße. Ja, du musst rechts und links klicken. Ja, ja. Hab ich schon begriffen. Klappt nur nicht immer. Bumm. Auf Range kannst du es echt so vergessen. Lol, die ist zu dumm. Nein! Oh Gott, ich hab's wieder fallen lassen. Lauft um euer Leben, oh Gott! Gib mir das... Oh, das ist auch gut. Der Pixel Mike. So! Weg damit! Endlich wieder normales Bild. Meine liebe, äh, Muschi. Ich bräuch' mal'n Medepack. Medepack, 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 Medepack. Wo sind die Medepack? Alter, steig doch ein, ey. Der geht hier lang, als wär's ein wunderschöner Tag. Aber hier ist einfach der Tod. Der To-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u. Ich glaub' ich hab' ihn ein bisschen getroffen. Warte. Ich nehm' mir die gleiche Karre. Und dann geht's ab. Mit dem Auto ist echt das Lustigste. Ups. Loi. Tschuldigung. Komm doch her! Was? Hey, Max! Oh. Das war so schlecht. Ich möchte mich jetzt töten. Ich möchte mich jetzt töten, ey. Der hat aber Haken geschlagen wie so'n Kapuziner-F hier, Alter. Warte mal. Kann man doch mal ein Granätchen werfen? Juhu. Jo, raus da. Komm. Steigt der auch rein? Easy. Wo sind die? Wo sind die, Schwäne? Oh, da vorne sind zwei in einem Auto, ey. Oh, das bin ich. Uh. Au! Haha, hinter dir. Mein Komplize. Loi. Steig ein, oh Scheiß! Schweinebacken, ey. Mann. Okay, weh. Oh Gott! Au! 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 Komm her! Oh Gott! Wow! Oh! Ah! Ah! Ihr seid mega auf der Rampage gerade, oder was? Oh Gott, die schießen! Nee, nee, nee. Und jetzt töten wir euch. Ach, komm her, Alex! So, zack! Erstmal zwei erschossen bei dir. Wo bist du hin? Ich weiß es nicht, wo ich bin. Nein! Bist du dort? Hab ich dich? Nein! Ich hab einfach grad auf dich geschossen, du rennst weg und auf einmal fetzt dich übel weg, weil die Granate neben mir explodiert ist. Ey, die Granaten sind echt so behindert, ey. Muss man glatt den Fuß... Zack! Kill-Serie! Nach der Todes-Serie kommt die Kill-Serie. Ich... Ich pokert nur noch. Scheiße. Was ist eigentlich, äh... Was ist eigentlich... Ach hier, zwei Minuten haben wir noch. Also, eine. Ah! Ah, hier. Aber die Straße nehm ich. Kommt her, Mädels. Jetzt zerberst ich euch. Komm! Ah! Die Schäden fasst du... Komm, Alex! Ah! Was, was? Wo bist du? Oh! Loll! Hat er dich? Nein, ich hab ihn umgefahren, aber es hat nicht gereicht. Pulverisiert. Wie das denn? Ey, die... Ohne Scheiße, diese schwule Ego-Perspektive haut einen richtig weg, ey. Oh Gott, diese Rollen! Du hast das eingestellt, ey. Ja, da aufzurollen! Alter! Was geht da ab? Immer diese Rollen. Kill nach Kill nach Kill nach Kill. Alter, wir sind nur zwei vorne, ey. Komm, ey. Wir sind bei 37. Übel, ey. Ah, das ist schwer, ey. So, komm. Jetzt... Jetzt wird Rabatz gemacht. Schrumpflinzen kannst du so vergessen, ey. Ja. Gerade... Komm schon. Ja! Oh Gott. Oh Gott. Nein! Das gibt's doch gar nicht, ey. Oh. Oh, ich gewonnen! Echt? Geil! Ja! Ey, wir sind Rang 10. Crew Rang 10. Yeah! Alter, ich hab 21.000 gekriegt! Was? Ey, wie viel Geld wir kriegen! Ich hab... Ich war letzter mit meinem Team gleich und hab 9.000 bekommen. LOL! Oh yeah! Geil! Richtig reinficken! Na, Hand of Blood, was war da los? Ey, ich kann mich nicht wehren. Dis... Dislike. Er kann sich... Er kann sich nicht wehren. Also, bitte hört ihn auf zu dissen, ja? Er weint gleich. Ich bin der Einzige, der True gefahren ist. So ne scheiße schwule Granatenkacke brauch ich mir nicht geben. Ja, schade. Deswegen verloren. Ja. Ja. So. Äh, fortfahren. Was ist das jetzt hier? Äh... Bereit zu... Ey, wir sind in einem Team! Kumpel. Alter, ich hab übel das blaue Auge. Ja, von der Ballerei gerade. Alter! Weil ich einfach so oft auf die Fresse geflogen bin. Oh, lol! Der linke hinterher hat rote Augen. Der ist voll der China, Mann. Ja, Mann. Was ist denn jetzt los? Bei mir hängt's. Bei mir vibriert nur die Farbe. Ah, los geht's. Uh, okay. Last Team Standing? Ja. Das heißt, äh... Ja, ne? Weißt du Bescheid. Oh, lol! Lol, wie behindert! Oh, ja, Papa! Erstmal Third Person. Ja, warte mal. Wo ist das hier? V. Lol! Doch, geht! Ich glaub, ich flieg das erste Mal jetzt. Äh, mit... Wie mach ich denn die Raketen? Äh, das weiß ich nicht. Ich glaub, das kann nur der zweite dann machen. Warte mal. So. Wieso ist das so komisch? Verfolgung. Ach so, geht's. So. Alter Schwede, ey. Jetzt bin ich richtig gespannt auf die Do-Dog-Fights. Dodge-Fights. So, ich flieg hier schon ne Attacke. Naja. Hey, wo sind die? Ach, die sind da unten irgendwo? Sind die ab Boden, oder was? Die ganze Mini? Die haben bestimmt voll die Raketenwerfer. Hä, hier oben ist jetzt einer. Hä, ich check das nicht. Ok, dann ratter ich da jetzt mal schön rein, denk ich. Ja. Hohohoho! Warte. Ok, warte. Ne, ich muss anlaufen nehmen. Ich versteh das irgendwie nicht so ganz, wie die Steuerung funktioniert. Mit den Namen Tasten Ich bin am abstürzen und die feuern alle auf mich Oh Gott Am mir doch ein Heli irgendwo rum steht Das ist echt schwierig Alter, Schwede Oh Gott Heil ich mich eigentlich selber Ich check das nicht Du kannst halt mit der linken Maustaste steuern und gerade wenn du den Punkt drauf hast musst du halt einfach abdrücken Naja ich mach das halt mit den mit den Namenscheißkacke hier Achso Warte jetzt drehen wir Jetzt heizen wir wieder rein Ich seh das nicht mal spieler Ja wenn du näher drauf bist dann siehst den Namen Oh da schießt einer Ah der snipe der Wichser Ist einfach so uneffektiv Alter haben die mich einfach rausgeschossen Ja die snipen wir jetzt hier die Wichser Komm her Komm schon Lol ich kann nur zugucken jetzt oder was Ja weil du tot bist Das ist voll uneffektiv Die scheiß Helis sind mega kacke Ja Ich steig jetzt aus aber dann snipen die mich halt vom Berg ist auch dumm Äh ok Ja wir haben aber auch jemanden auf dem Berg der am snipen ist Der PSD drums Da sind die alle ey Oh Gott Ähhh Ähh Noll Dann packt er sich erstmal hin Wie kann ich denn den anderen Nächster Spieler So spring raus Oh Gott Nein Was Steh auf du Wichskind Oh Gott Oh Gott Oh Gott Gehen zwei Stück ey Gegen zwei kann ich ja auch komplett vergessen Das ist jetzt wie Morunia AHHHHH 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 Hast du kein Scharfschützengewehr? Nee Ich hab nur die Ich hab nur die äh die Ne Das wird das übelste Wow Da kommt irgendwer richtig angeschissen Die sind da immer noch oben ne Weiter die Wichskinder Geht doch weg Vorhin die haben alle Snipergewehre Das ist total behindert Ja Drachenbier hat Selbstmord gemacht Ja wenigstens das Ja Rechtsum Ja genau Schön Mach ihn tot Er kommt ein bisschen weiter raus Ähh Er sieht dich Ich kann nicht so hoch zielen Oh Gott ich hab ihn aber auch LOL Ich hab ihn auch So jetzt müssen wir uns halt auf den letzten verlassen Ja das Der Start war ja mega fail Ey was soll man mit diesen Dreckshelis anfangen Alter Nix halt Oh Du 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 kannst ja nicht ordentlich vernünftig zielen Ja Und die können einen wegsnipen Einfach GG Wisse ich hab einen Ähh das war nicht so cool Alter die haben 9000 gekriegt LOL Und wir 4000 für nichts Alter ich mach einfach nur noch die Playlist Das ist ja shit ey Einfach Kohle scheffeln So jetzt kann man nur noch quit oder was Alles klar Ja anscheinend sind wir jetzt durch mit der Playlist Oder? Ne 3 auf 5 steht da Hä? Ah ne es geht weiter Ah der lädt jetzt Alles klar Loading 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 Oh jetzt sind wir Dran Hä ach jetzt verteidigen wir Ah es sind zwei Runden Einfach Ja 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 toll jetzt haben jetzt wissen die was scheiße ist Okay wie komm ich näher an Sniper Oh Gott Ja das ist ne gute Frage Ah da sind Snipergewehre Alles klar Oh hier Hier Yeah Wo ist der Wo ist das Zehn Schuss Okay ich hab schon mal Zähne Warte mal ich hol mir glaube ich hier mal so einen Raketenwerfer Okay snipe ich die im Heli ab oder die aufm Boden Na am besten den Flieger Flieger Aber die sind ja eh useless Die Ja macht ja nischt Komm ich denn da hinten an die scheiß weiter ran Was LoL LoL Was Wie eine behinderte Scheiße Was ist das für ne Trex Playlist Alter Ich geh da einfach nur lang Zack tot Headshot Wo zum Ficker ist der Geh da einfach weg man Alter wie behindert Was ist jetzt Alter ey Das ist ja wohl nicht wahr Die haben jetzt einfach schon drei von uns gekillt Mit ihrem Mit ihrem behinderten Scheißhelis oder was Ne die waren einfach schlauer Da glaub ich ja nicht so wirklich dran Na die waren einfach schlauer Wat für schlauer Das geht gar nicht Ja die hatten halt die Runde wo sie merken Wat halt kacke ist So jetzt seh ich dir zu Guck mal ich hab hier äh dicke Bombe Ja Die Gegner sind Oh Die Gegner sind nur noch vier Aber er muss nur abstürzen Dann ist alles cool So warte Geld Und jetzt gucken wir mal Hier da haben sie mich abgesnipen Warte 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 BumbMin rechtso oben aufm Berg Ja, schon gesehen. Der snipe dich. Der snipe dich. Die snipen von... Alter, lol! Ja. Alter, tauchste auf, bumptot. Ja, jetzt der letzte. PST Drums. Rette es für uns! Ich gebe ihm 10 Sekunden. Du musst uns retten, ne? Weiß Bescheid. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, der Heli seht ihn. 1, oh Gott! LOL! Oh, einer hat er. Nice! Da sollst du nicht hoch. Alter, der Heli, ey. Wo ist er denn? Bum, 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 bum. Der muss ne Heli. Hab Schade. Ach, da oben, lol. Ja, das bringt ja so gar nichts. Doch, wenn der abstürzt, dann ist das auch cool. Ja, aber so viel Damage macht der in 10 Jahren nicht. Oh, es geht schon. Oh Gott, der vom Berg, der snipet alle weg. Der kleine Wichser. Na richtig, nisai. Geh da nicht auf den Turm, geh nicht auf den Turm. Nein, nein. Da bin ich gestorben. Geh wieder runter. Nein. Geh. Ja, gut. Jetzt will er den einheizen, Alter. Wo ist denn der auf dem Berg? Wo ist denn der Heli? Oh Gott. Oh Gott. Da war einfach ein No Scope 360. War da die Shane drüben? Weil die ist übel gut. Ach, du stehst doch nur auf die. Ja. Übelreunig. Wer ist denn das, Alter? Easy. So ne Schlampen, ey. Kann's losgehen? Ja, ich bin ready. Ah, jetzt. So, Motorradrennen ist eigentlich immer das ziemlich lustigste, weil man sich ewig auf die Fresse packt. Ich hab Bullen an. Ich hab Verkehr an. Wie soll denn hier die Bullen und Verkehr sein? Das hab ich mich grad aufgefahren. Wer weiß. Alla Moop. Mega die Behinderung. Alter, hat einer einen Roller. Oh, los geht's. Oh nein. Ich kann hier den Mittelfinger raushängen. So, mach ich auch. Okay, weiter geht's. Alter. Was? 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 Der Wichser. Alter, ihr kleinen Splasher, ey. Euch zerbärst mich. Alter. What the fuck? Ich bin tot. Ich bin gestorben. Du bist tot? Mich hat's so vom Moppet gewichst, dass ich gestorben bin. Lol, ihr fahren einfach die scheiß Jeeps. Lol und schießen auf uns. Ihr kommt einfach das Militär. Oh, der wollte. Der dachte, der wär cool. Ich bin zweiter wieder. Oh Gott. Ah, die schießen einfach. Die kleinen Wichser. Wir sind ja auf dem Militärplatzgebiet. Kack. Ja. Oh mein Gott. Ich bin wenigstens dritter. Komm schon. Die zwei da vorne, die kriegt... LOL. Was? Was ist passiert? Ich hab sie gerammt. Ich flieg drei Meter in die Luft. Sie fährt einfach weiter. Alter, die schießen! Ja! Ich will da einen reinrammen. Das wär so lustig. Ah, einer ist wieder in den Garten. Alter, will mich der Erste abdrängen, hat sich erstmals selber gedreht. So sieht's aus. So muss der. Cheater an die Wand. Oh lol. Macht der noch Sau. Oh lol. Der hat sich richtig gepackt. Max, spring über den Zaun. Was? Hab ich dich überholt, Shane? So, jetzt die finale Runde, Leute. Mal anstrengen. Alter, jetzt holen die alle wieder auf, oder was? Jetzt wird gefickt. Oh Gott. Was ist das denn? Ich bin... Alter, der Tero. Wie geht das denn? Wie geht das denn? Ich bin nicht... Die fahren alle rein. Die fahren da alle rein. Wie kann man denn so schall sein? Ich bin die Scheiße überflogen. Wow. Oh, ich bin zweiter. Ne, bin ich nicht, hä? Ne. Alter, der Tero. Der hat mich einfach voll cheating überholt. Was ist das? Okay, ich hab's wieder. Der hat mich mit dem Wheelie überholt und war 10.000 mal schneller als ich. Nein! 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 Wie das Motorrad das an dir vorbeifährt. Nein! Ich bin im Allem voll in die Scheibe geflogen. Und hinter mir auch zwei rein, weil der stand so mies um die Kurve, dass da alle reingerast sind. Jetzt bin ich gespannt, ey. Weiter, was ich da für ne Kohlen krieg. Ja, der packt sich jetzt rein. Lol, der hat sich über auf die Fresse gelegt. Miau. Tütüt. Der fährt einfach nur noch zum Spaß. Ja, was soll ich auch sonst machen? Den Mittelfinger noch rausgehängt, weißt du? Schon im Militär. Vierter Weg geworden. So, warte, warte. Kohlen. Wat is mit de Kohlen? Vier, fünf, fünf, fünf. Ja, ich hab zwei, vier. Ja, zwei, fünf. Gegen die 21.000 von vorhin ist das. Was? Schon wieder hat das Vieh gewonnen? Ja, der ist ja 0815, der ist voll übel. Der 0815er. Ja. Der ist gar nicht so 0815, der ist voll gelogen. Scheiße, die Gegner haben diesen krassen 0815 Typen. Egal, den wichsen wir jetzt weg. Dem ballern wir richtig einen rein. Oh Gott. Moppet! Das wird wieder mega, Alter, mit dem Raketenwerfer auf dem Moppet, ey. Das wird gut. Oh Leute, wir sind krone. So Leute, wo sind wir denn? Äh. Ah! Yeah! Und hoch geht's, Leute. Äh. 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 Erstmal schön geschissen. Ja. Oh, da ist ne Waffe. Aus geht's. Oh, hier, guck. Äh. Die Bauern fallen zuerst beim Schach, Alex. Was? Denke da. Was ist denn das? Ach so, das... Ist ja gut, dass ich die Queen bin. Oder halt die Springer. Ähm. Ja. Ich bin der Springer, weil... Abgesprungen. Ja, ich bin Gegenstein. Ja, ich auch. Genauso im Moment. Was? Ich... Was passiert hier? Au. Alter, ich bin so unfähig grad. Mein Motorrad ist gerade unterm Zaun durch. Ja. Ich bin hängen geblieben. Ja, ich auch. Bei mir auch. Loll. Richtig dumm. Warte mal, die schießen hier schon. Oh, was? Loll! Das ist der 0 auf 15 Typ. Oh. Was hat der denn für ne Rüstung? 1000. Ich hab den nichts abgezogen und richtig viel reingerattert. What the f... Okay, ich hatte aber nur die scheiß... Mikro-SMG. Alter. Das war ultra krass, ey. Okay, scheiß drauf. Hä, die sind bei uns am Startpunkt? Die müssen halt auch irgendwas machen. Ja. Ich versuche jetzt einfach zum Paket durchzukommen. Ja, ich auch. Warte, wo ist der? Ich seh ihn. Ich halt drauf. First Person ist viel besser hier. Mit der Waffe. Mit dem Raketenwerfer meinst du? Nee. So hast du nen Raketenwerfer. Ich hab hier so ne Mikro-MP. Ich hab das eingestellt. Also, wenn... Ich mein jetzt nicht auf dem Motorrad, sondern... Komm her, du Jauche-Grube. Komm schon. Zeig dich. Zeig dich. Ach, die sind bei unserem Spawn und wir bei deren, oder? Damn! Knallt der mich weg, ey! Was geht mit dem? Fuck, 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 fuck. Ach, die müssen dann bei unserem Spawn irgendwas... Dinger machen, oder? Ja, wir müssen irgendwie Deffen und äh... Deffen und? Okay. Ach, tatsächlich. Wir haben ne Tasche, die haben ne Tasche und dann... Okay. Okay, äh... Wieso Piu? Aber irgendwer ist da. Wo? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ah, fuck. Ah, steht der. LOL! Ja, klar! Was?! Der hat sich schon wieder nen Scheiß-Sniper geholt, ey. Oh, lol, der hat da Haft-Mean hingelegt. Alter, das ist der... Der Drachen-Pi, der hat vorhin auch die ganze Zeit mit den Granaten. Das ist so ein Wichser, ey. Alter! Nicht der Anstrengende. Komm schon an! So, was ist jetzt mit unserem... Okay, ich versuche einfach jetzt unser Paket zu... Ich versuche jetzt mal irgendwo ne Sniper zu finden. Ja, ich hab... Ich hab eine irgendwie gehabt. Und dann... Mäh ich den mal richtig durch den Boden. Oh, ich geh da jetzt rein. Ja, wenn der da Haftbombe... LOL! Ey, das ist doch nicht sein Ernst! Der kann mir doch grad nicht nen Headshot gegeben haben, ey. Die Waffe... Okay. Ich weiß, wo der ist. Steh auf! Oh, wir haben beide einen Punkt. Jedes Team hat einen Punkt. Sehr dumm. Und wo ist die fucking... Ach, da oben. Alter, ja, klar. Die ist halt richtig weit draußen, die Sniper. Ja, warte. Ich hab 700 Schuss-Sniper. Joa, geht, ne? Ach, ich hab auch alles voll, Alter! Jaaa! Leel! Kann ich ja meine eigene Waffen benutzen. Das ist ja cool. Ja, dann geht's denen jetzt schlecht. Warte mal. Die Richtung, so ungefähr? Ich hoffe, das wird da verteidigt. Was, bist du grade Tryhard, oder warum sagst du nix? Jaja. Jaja. Ach, das verbündet ja, glaub ich, Leul. Ich bin so dumm, Alter. Oh, oh. Die sind schon wieder bei uns am, am, äh, Türelü. Wollt ihr ja hatten. Nicht? What the fuck? Ja, wo sind die denn alle? Die Bekriegen sind... Ich hab keine Ahnung, ich mach hier Hürdenlauf über die scheiß Barrikaden. Ich versuche, ihnen irgendwie zu helfen. Ja, ich hab ihn, okay. Sollen wir zweimal irgendwo hin? Ich def' grade mit der Sniper. Ja, okay. Dann geh ich mal mit dem, mit dem Chosen irgendwo... Da ist er. Nee, das ist unsere, okay. Hä? Was ist denn die Schlampe? Ja, erwischt. Alter, ich geb der mit dem Sniper ein Headshot. Ohne Scheiß. Genau die. Die hat grad zwei gekillt. Was? Ich geb der grad ein Headshot mit der Sniper. Ein Viertelleben weg. Und die killt alle One-Shot, egal wo sie trifft. Was ist das denn? Ohne Witz. Ja, vielleicht hat die Waffe abgegradet oder so. Das kann doch nicht sein, Alter. Leute, ey. Ey? Da kommt was. Das ist echt ultra behindert. Da oben. Jawoll. Warte mal. Ich guck jetzt mal, wo die Schüsse herkommen. Ja, ich guck da schon überm Berg. Die ist irgendwo da im Gebüsch. Ja, ja. Der, die... Es. Da steht auf jeden Fall mal... Aber von uns, von uns wagt sich gar keiner mehr raus, oder? Ja. Ja, weil der halt die ganze Zeit so gut da rum... Ja, aber ganz ehrlich. Was hat der denn für eine Waffe und gleichzeitig... Für, äh, ne Rüstung, ey. Wo ich geb dem... Ich geh jetzt mal. Full Risk. Es war halt wirklich nur der Kopf zu sehen. Und ich schieß halt drauf, verliert Leben ein Viertel. Okay. Okay. Richtig behindert. Fuck. Oh, lol. Da? So, zack. Im Kopf. Weg damit. Nice. Geil, Alex. Da, pass mal auf. Au! Ich seh dich. Au! Ich kuller den Berg runter! Nein! Steh auf, du Ficker! Nein! Die kommen gerade zu dritt. Zu dritt? Ja, oder zu zweit. Ich seh's. Oh, shit. Ach, shit. Oh, shit. Oh, lol. Oh, jetzt hab ich mich aufgedeckt. Er kann ja, du Schweinebacke. Hä, wo sind die denn? Okay, er hat den. Okay. So, ich will jetzt mal so einen Koffer haben, ey. Das kann ja wohl nicht angehen. Ja, die legen da halt Hapfwurm hin. Das ist mega behindert. Kannste... Nichts machen, ich seh einen. Ja, erwischt. Oh! Da hab ich, äh, die Wand getroffen. War drüber geklemmt. Wow. Okay, die hauen wieder ab. Ne, der kommt nicht wieder. Lol. Der hat einen. Sehr schön. Die, 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 die. Ich fahr' jetzt auch wieder, das ist mir richtig zu dumm. So, richtig zu... Oh Gott. Ich hab halt nix mehr anHP. Ich probier's jetzt mal mitm Auto. Mich braucht nur jemand anpupsen, dann bin ich tot, ey. Ich probier's jetzt mitm Auto. Richtig in Düsenjet. Im Raketenwerfer zur Sicherheit. Warte mal, kann ich da rumfahren? Sehr schön. Darum. Darum. Leute schießen schon auf mich wie behindert. So, jetzt hier abbiegen. So, jetzt kommt Hand of Blood, Alter. Übers Late Game. Übers Late. Falsch Richtung, Max. Ah! Ah! Ah, ja, ja, ich hab's gleich. Bin gleich so weit. Picked off gesehen. So, jetzt komm ich über das Late, hab ich hier gesagt. Der hat genug PS. Oh! Hoffentlich sieht das keiner. Hoffentlich sieht das keiner. Warum bin ich denn... Warum bin ich tot? What the fuck? Das Gras um mich rum hat vom Auto angefangen zu brennen. Ich glaub, ich kotze. Und deswegen bin ich gerade gestorben. Okay, ich mein's folgendes. Ich düster jetzt richtig über den richtig behinderten Schein. Ich glaub, die konzentrieren sich zu sehr auf ihre Offensive. Und deswegen fick ich die jetzt. Lass mal auf. Ja, die sind halt alle oben am Berg, ne? Ja, und ich komm jetzt über die Berge. Über die Berge von den Bergen. Verstehsweise meine. Ja, ja. Was? Die haben irgendwie Cashback. Was? 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 Die haben... Die haben das irgendwie geschafft. What the fuck? Hä? Alter, da verlasse ich einmal... Oh man, ich schaff das hier. Also, unser Koffer! Ich bin auf der Jagd nach unserem Koffer, ja? Ja, ich geh gerade deren Koffer irgendwie holen. Okay. Versuche es irgendwie, es ist nicht so einfach mit dieser... Der fährt rechts rum. ahhhhhhh Islos Wax ist los Easy ok ich hab' es gleich Alter der warum fällt der so gut? this Tepe Du mach' ich kalt Oh Gott Mach den kalt Professionell was? Och Maann der ist ja immer noch Und ich hatte noch die Sniper parat man ich steig aus dem auto er steht zehn meter entfernt Er wirft dir wieder Haftbom hin was das für ein... Oh mann alter den zerstört Der fährt zu seinem... Der fährt zu seinem Koffer und ich krieg ihn nicht mehr rechtzeitig glaube ich Oh mann die spielen so tryhard das ist ja zum kotzen ey Oh nein! Boah alter! Ey was war das denn für tryharder bitte! Ja übel! Wirklich! Die waren die ganze Zeit bei uns Und da hat einer... Ihr seid ja mega die tryhards! Was geht mit euch? Da hat einer nichts anderes zu tun als die ganze zeit in deren base zu hocken und Haftbomben zu werfen Ohne Scheiß! Das ist unglaublich ey! Was ist denn mit denen? Die haben ja gar keinen Spaß! Doch wir haben 13.000 Geld gekriegt Ja cool wir 6.000 für spaß Ja mehr oder weniger Ja würd ich sagen gut oder? Ja ich glaub das war schon mit der Playlist oder? Oh Gott, spawnen wir hier jetzt alle? Verteidigung, Bühneninvasion? Ach so, jetzt, ach ja, es sind zwei Runden. Jetzt andersrum. Ja, ne, ne, ist ja, ist einfach nur, ja genau, andere Startposition. Ja, jetzt pimmel ich mich mal auf den Berg mit der Sniper. Ja, ich stürmte jetzt mal. Und geb den richtig. Ah. Jawohl, sehr schön. So. Jetzt, ey, wo? So, hier lang? Komm ich über Nirvana, Alter. Oh Gott. Tön von der Seite flankiert in den Anus. Schön erstmal Helm, ne, sicher. Ja, am Baum nur mal lang. Hm, am Ast. Ja, so ist kein Problem. Geht hier doch niemand auf der Karte, Alter. So, jetzt fahr ich volle Kanne rein, Alter. Volle Kanne. Und wenn er wieder der Typ mit seinen Haftbomben ist, den schlitzig... Ah, ich komme, ich komme, ich komme, ja, ich bin gleich, oh Gott ist das. Selbstmord. Das war jetzt nicht so klug, ne? Das war jetzt nicht so klug, ne? Äh, wenn du das siehst... Ja, ich bin hier... Wo sie lachen, meinst du? Alter. Ich habe noch nie einen größeren Fail gesehen. Also, auf jeden Fall, ja. Ich bin halt mit Topspeed, so über eine Bergklippe. Ja. Und... Sehe halt den Spawn vor mir, springe halt mega in den Bogen. Und dann komme ich nicht ganz über... Also, ich wäre quasi über eine zweite Klippe gesprungen. Ja. Ne, weil ich die noch mitbekommen hätte. Wie so, als wenn du über zwei Dünen springst. Aber da war noch die Leitplanke. Bleib mit dem Vorderreifen an der Leitplanke hängen. Und fliege mit dem Körper das ganze Tal runter. Was ist das denn jetzt schon wieder? Okay, gehen wir mal, Rest zu Fuß. Ich kann auch snipen. Zack. Weg damit. Also, wir halten hier... Snipe-technisch alles in Ordnung. Du musst eigentlich nur runter den Koffer holen. Ja. Oh, Leute, ihr seid ja... Soll ich flankier mal die Scheiße? Aber da ist ja... Hier das Moped. Da ist einer. Bleib stehen. Bleib stehen. Juhu! Oh, Leute. Warte, warte, warte! Hinter dir! Nein! Oh! Die Steuerung manchmal ist schon grandios, ne? Hm. Läufst du noch um die Ecke, wenn du eigentlich schon auf Stopp gedrückt hast. Alter, kann immer aufhören wie ein Hase hier. Ja, ich hab ihn. Okay. Hä? Hä? Leute, die hatten schon unseren... Warte. Jo. Jawoll. Okay. Neein! Wer macht denn da so Pöller hin, ey? Nein! Ja, das Motorrad hat wieder zehn Kilometer gefallen. Gut. Nein! Oh, Mann! Oh, Mann! Kann niemand von uns deffen? Ich ver... Nein! Oh, wie dumm, Alter! Sind jetzt alle zum Angriff gefahren? Ja, ich glaube schon. Oh, Alter, das ist so dumm. Oh, Mann, Alter, wir haben es echt nicht anders verdient. Aber immerhin 9000. Komm. Alter, wie viel Level ich hier mache? Ja, scheiß... Äh... Ich hab jetzt ein Level dadurch die ganzen Dinger gemacht. Was ist denn mit ihm? Ist er behindert? Wenigstens nicht wieder die Alte, ey. Alter, ist ja gestört. Oh, pass auf, jetzt ist der Flame gleich wieder groß. Hä? Nein, aber noch nichts. So, ist jetzt durch? Ja, ich glaube, ne? Ich muss ins Bett. Ja, ich auch. Guck mal, ich bin immer Platz 3. Aha. Nee, bin ich nicht. Ich bin Platz 5. Ja. Ah, nee, zusammen auf... Ja. Alter, der 0815-Typ, ey. Ja. Der ist echt eklig. Ist ne Schande, ey. Try harder. Try harder ist eh ein. Ja, Leute, das war mal ne Playlist. Ja. War schick. Ja. Mit dem Butz, Leute. Aber wie gesagt, wenn ihr in unsere geile Crew wollt, einfach rein, ne? Einfach rein. Einfach rein. Ich weiß gar nicht genau, keine Ahnung. Könnt ihr, glaube ich, einfach sogar googeln, ne? Also Gamerhelden-Crew GTA Online. Da findet ihr bestimmt was. Ja. Ansonsten vielleicht hau ich den Link rein. Müsst ihr mal gucken hier in die Beschreibung. Und ja. Schaut aber Alex vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss. Ja. Oh. Ah. Ja, okay, reicht. Ja. 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 Vielen Dank.